Es ist Release Freitag, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also ja, ich reagiere auf Hexa Feed Iglita an Schlussstrich und das ist meine erste Hexa Reaction auf diesem Kanal. Auf Hexa habe ich erstmals auf meinem Hauptkanal reagiert, also zu der Zeit, wo ich auf meinem Reaction Kanal keine Videos hochladen konnte. Da habe ich erstmals auf Hexa Selbsttherapie reagiert und ich finde Hexa eigentlich ganz doof. Ich bin gespannt, was er hier gemacht hat und hier mal schauen, wer Iglita an ist. Okay, da hat er gepasst, let's go. Ich muss auf jeden Fall schauen, ob die Videoqualität passt. Okay, 1080p, das ist gut. Ja, ich weiß, was ich will, habe keine Zeit mehr zu chillen, fahre meinen eigenen Film, deine Reise endet, aber meine beginnt. Das muss meine Hexa auf jeden Fall sagen, also klar, sein Rap hebt sich ab, der fährt wirklich seinen eigenen Film. Und ja, der Beat, hm. Ja, okay, weiter geht's. Mir fällt nichts zu Beat ein. Ja, ich weiß, was ich will, habe keine Zeit mehr zu chillen, fahre meinen eigenen Film, deine Reise endet, aber meine beginnt. Mangelnder Verstand, der mich umgibt, gehen wir können, zweite Schlosser, machen wir einen Schlussklick. Alles, was ich wollte, war nur um... Also diese zwei Personen da, neben dem Hexa und der da, ist das Sigi, Iglita an, ich weiß nicht. Also die zwei Personen mit dem Masken, die ist wunderschön. Geh mir keine zweite Schlosser, mache einen Schlussklick. Alles, was ich wollte, war nur umsicht. Du hast nicht verstanden, wie das Ganze mich fast umbringt. Dachtest, ich mach uns im Bett. Kommst du nochmal an, ja, dann muss ich gehen. Ich denke an dich und an unseren Weg. Du denkst nur an dich und das Ohnentwill. Ich bin schon lange nicht damit beschäftigt, dich nicht mehr zu lieben, sondern nur noch damit, dich nicht mehr zu hassen. Ich sagte, dass ich noch nie so ein Tee vorher hatte. Du schautest mich an und du lachtest. Was denn? Habe jetzt gelernt von dir und ich erkannt, dass du nicht heilig bist. Du bist ja quasi ein kleines Kind. Ja, ich... Okay, ist auf jeden Fall ziemlich stark. Kannst du wieder sagen, was du willst. Hexa kriegt man ein Like dafür. Also das ist wirklich wieder ein geiler Song. Ich weiß, was ich will. Habe keine Zeit mehr zu chillen. Fahre meinen eigenen Film. Deine Reise endet, aber meine Beginn. Ja, ich weiß, was ich will. Habe keine Zeit mehr zu chillen. Fahre meinen eigenen Film. Deine Reise endet, aber meine Beginn. Wird die Luft dreckig? Ja, dann sag ich's mir jetzt. Oh! Igi Tarn ist ein Typ. Okay. Ja, dann... Dann ist Igi Tarn halt nicht darstellt, okay? Weiße Linien doch bei mir nur besetzt. Ich mach mein Ding, du weißt, ich scheiß auf den Rest. Ich mach zu viel, aber das bringt uns hier weg. Ich möchte nur mal kurz anmerken. Ich bin nicht der größte Autotune-Fan. Das wissen auf jeden Fall die meisten. Naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich kommen bei Hexa wieder neue Leute auf meinem Kanal, aber die, die mich bereits kennen, die wissen, ich bin wirklich kein großer Autotune-Fan. Und ich höre das... Also bei Igi höre ich das wirklich raus, dass es halt Autotune-Duse voll ist. Und ja, das fühl ich jetzt eher dann nicht, glaube ich. Ah, tut mir leid. Da fahre ich den Hexa-Bord wirklich deutlich besser. Ich bin im Trance, alles langsam. Mein Schwert läuft mir runter, nein, ich treffe keinen Zorn. Wenn die Luft dreck ich, ja, dann sag ich's mir jetzt. Weiße Linien doch bei mir nur besetzt. Ich mach mein Ding, du weißt, ich scheiß auf den Rest. Ich mach zu viel, aber das bringt uns hier weg. Ja, ich weiß, was ich will, habe keine Zeit mehr zu chillen. Fahre meinen eigenen Film, deine Reise endet aber mein Beginn. Die Uhr ist auch ganz nice von der Hexa. Ja, ich weiß, was ich will, habe keine Zeit mehr zu chillen. Fahre meinen eigenen Film, deine Reise endet aber mein Beginn. Du bist nicht da, doch es kommt gut. Habe mich ganz offenbar, da bei dir war damals alles egal. Du bist nicht da, doch es kommt gut. Alles ist gut, ja, ich habe zu tun, ja. Okay, das war Schlussstrich von Hexa. Also Hexa hatte geil, hart, geiler Ruck, IGITAN. Ja, was soll ich sagen, das ist mir eine Schippe zu viel Autotune. Aber Hexa war nass.